Zauber-Show Wir wollen die Kinder ja nachher die Fragen stellen, wie das funktioniert und dann müssen die Eltern natürlich antworten können. Am besten sieht man übrigens hier in der Mitte. Aber wir versuchen unser Glück. Okay, also ich bin der Martin Sage, mein großer Sohn Timon, zwölf Jahre alt und der Henrik, zehn Jahre alt. Und wir machen das jetzt schon, glaube ich, fünf Jahre. Zaubershows hier überall in Kerpen. Und zusammen nennen wir uns die magischen drei. Dann viel Spaß mit unserer Show. So, weil es ja heute so kalt ist, machen wir mal gerade eine Aufwärmübung. Und zwar, alle mal die Arme nach vorne. Daumen hoch. Jetzt drehen. Jetzt verschränken. Hände zusammen. So, alle richtig? Alle richtig? Ja? Und jetzt so drehen. Hat nicht geklappt? Noch einmal. Hände nach vorne. Daumen hoch. Drehen. Verschränken. Hände zusammen. Ja, ja. Wunderbar. Und dann, ich muss leider das Mikrofon immer ablegen und dann drehen. Jetzt sind wir alle warm. Wunderbar. So, erste Übung. Ich hoffe, wir haben alle geschafft. Wir fangen an mit unserem Malbuch. Machen heute ein paar Sachen mit Farben. Malbuch kennt noch jeder, oder? Von früher. Dauert immer unheimlich lange. Wir gucken uns mal an. Ganz normales Malbuch. Schwarz-weiße Zeichnungen drin. Kennt jeder, ne? Und das dauert ja dann immer ewig, bis die Farben da drin sind. So, wir holen mal Henriks Zauberstab. So, der Henrik holt mal seinen Zauberstab. Und jetzt wird das Ganze mit Farbe gefüllt. Drei, zwei, eins und... Ah, Applaus, Applaus. So, die ganz schlauen Väter sagen jetzt immer, der hat einfach nur das Heft rumgedreht. Aber wir zeigen euch noch eine Erweiterung. Und zwar, die Farben kommen alle wieder raus und raus und raus und raus und raus. Und drei, zwei, eins. Alles weg. Alles weg. Wunderbar. So, ich zeige euch auch gerade was mit Farben. Und zwar hier. So, wir nehmen das mal hier runter. Hier seht ihr alles für einzelne Scheiben, ne? Blaue, rote, gelbe. Wir nehmen mal die obersten drei runter und stellen die Röhre wieder drüber. So, und jetzt ruft ihr mal alle laut die Farben. Wir sehen die Farbe gelb, ne? Alle laut? Und die Farbe... Und zum Schluss noch die Farbe... Blau! So, wer hat aufgepasst? Welche Farbe ist oben? Oben ist blau? Ganz oben ist blau? Okay, wir gucken nach und ganz oben ist... Ei, 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 ihr habt recht. Oben ist blau. Moment, hier. Ah, da ist blau. Musst du rausnehmen. Ich hab nur zwei Hände. Okay, wunderbar. Großer Applaus, super. So ein Riesenapplaus, wer hätte das gedacht? Okay, merkt euch mal diese schwierige Zahl. Wir drehen das Ganze rum. Und auf der anderen Seite sind wie viele Punkte? Machen wir die Hand da weg. Fünf Punkte? Okay, wer weiß noch, wie viele auf der anderen Seite waren? Drei. Wir gucken mal nach und... Aha. Und wie viele waren auf der anderen Seite? Wir gucken nach. Auf der anderen Seite sollen fünf sein. Hey, ein paar Smiley. Es wird aber noch besser. Nicht, dass ihr denkt, das bleibt ja so langweilig. Aufgepasst, wer kennt diesen Würfel? Ihr müsst die Kiste holen. Der Zauberwürfel, ne? So, wer hat das schon mal geschafft? Hat es schon mal einer geschafft? Von den Älteren hier. Hat es schon mal einer geschafft? So, bei uns Zauberern geht das total schnell. Wir packen den Würfel in unsere Zauberkiste. Machen zu. Henrik macht seinen Zauberspruch dazu. Hokus pokus. Und... Ja, der Würfel ist... Fertig. So sieht das aus, wenn er fertig ist. Mensch, ihr Riesenapplaus. Ihr seid ja alle total begeistert. Okay, wir machen weiter. Henrik wünscht sich mal eine Farbe. Und zwar die Farbe... Die Farbe... Henrik wünscht sich mal eine Farbe. Wo ist der Zauberstart? Und er wünscht sich die Farbe. Was könnte das sein? Und drei, zwei, eins. Ich sehe schon, ihr seid noch nicht so ganz vom Rocker, ne? Dann machen wir mal unseren Cola-Trick. Der Timon wird jetzt diese Flasche wegzaubern. Wir haben eben schon was dran getrunken im Auto. So, mit diesen zwei Röhren... Hier, zeig nochmal. Röhren sind leer. Die Röhren sind leer. Ihr seht alle die Cola-Flasche? So, jetzt kommt Röhre Nummer eins da drüber. Und... Ich sehe die Flasche noch. Ich sehe die Flasche noch. Wir nehmen die zweite Röhre. Ihr werdet die gleich sehen. Die ist dann immer noch leer. Und jetzt... Drei, zwei, eins und... Soll ich das nehmen? Ne, das war falsch. Das ist jetzt tief gelaufen. Okay, da ist die Röhre. Der ist noch nie schief gegangen. Der ist noch nie schief gegangen. Okay, der wird neu aufgebaut. Normalerweise klappt das immer wunderbar. Okay, wir machen erstmal den Weinflaschen-Trick. Wir haben hier einen schönen französischen Wein mitgebracht. Oh, das Cover ist jetzt verschoben. Okay, der Henrik wird jetzt diese rote Weinflasche wegzaubern. Ein Melot von 1956. Ein französischer Rotwein. Wir nehmen diese Papiertüte dazu. So, und jetzt. Die Flasche verschwindet. Drei, zwei, eins und... Hey, riesen Applaus. Die Flasche ist weg. Hä? Ist weg. Oder? Nein? Zeig mal. Die Flasche ist weg. Weg ist sie. Was? Unterm Tisch? Unterm Tisch nachgucken? Ach nee, da ist zu. Okay. Das hat wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Wir packen die Flasche weg. Und gehen zum nächsten Trick über. Okay, wir versuchen das nochmal mit der Cola-Flasche. Da ist in der Tat was schiefgelaufen. Unser großartiger Trick hier. Der ist noch nie schiefgegangen. Also. Noch einmal. Soll ich das machen? So. Dann machen wir nochmal einen Versuch. Also wenn es jetzt wieder schief geht, ist es wirklich peinlich. Ist noch nie schiefgegangen. Und ja. Die leere Röhre. Wir tun einfach so, als hätten wir das noch nie gesehen. Drei, zwei, eins und. Ah. Jetzt dürft ihr klatschen. Jetzt dürft ihr klatschen. Flasche ist weg. Wunderbar. Immer die Herzdame beobachten. Wir drehen die Karten einmal rum. So. So. Ihr habt alle die Herzdame im Blick. Jetzt aufpassen. Wir machen es erstmal ganz einfach. Wir tauschen. So. Wo ist die Herzdame? Echt? In der Mitte. Sollen wir rechts gucken? In der Mitte. In der Mitte? Die sagen alle in der Mitte. Okay. Herzdame ist nach rechts gewandert. Tosender Applaus. Wir stellen die Herzdame nochmal in die Mitte. Und jetzt die letzte Chance. So. Und ich würde sagen Stopp. So. Wer weiß, wo die Herzdame ist? Mitte. Okay. Wir drehen rum. Wer sagt rechts? Wir gucken rechts. Wir haben vergessen zu sagen, in der dritten Runde ist die Herzdame zur Toilette gegangen. Die ist leider weg. Zur Toilette. Okay. Wir drehen alles nochmal rum. Wisst ihr denn, was immer ist, wenn die Frauen zur Toilette gehen? Was ist dann immer? So Karneval, Silvester. Wenn die zur Toilette gehen, was machen die? Also außer Pipi? Silvester. Hä? Genau. Genau. Die Frauen gehen immer mit mehreren auf Toilette. Ha. Okay. Jetzt fühlen sie sich ausgetrickst. Ihr dürft trotzdem klatschen, weil dann machen wir noch einen Trick. Oder ihr sagt, total langweilig, dann hören wir besser auf. Aber ich würde sagen, einen machen wir noch. Und zwar, wir haben hier Taubenkäfig Nummer 1. Das sind allerdings Kunststofftauben. So, Taube Nummer 2 mit Käfig. Guck mal, riesen Applaus. Alle total begeistert hier, wie ihr da die Tauben rauszaubert. Und Taube Nummer 3. Und das alles in diesem kleinen Karton. Ja. So. So. Sollen wir noch einen machen? Ja? Okay, wir machen was mit Farben. Welcher Nummer 1? Schade. So. Wir haben also das Wasser hier drin. Jetzt pass auf. Zauberwasser Nummer 1. Das war doch gut, oder? Ich nehme nochmal das Wasser. So. Nummer 2. So. Weiter geht's. So. Wir machen noch einen. Goldenes Wasser. Sollte eigentlich gelb werden. Und zu guter Schluss. Zum guten Schluss. Welche Farbe fehlt uns noch? Rot fehlt. So sieht das aus. Wunderbar. So. Wir machen unseren großen Schwebe-Trick. Oder haben wir was vergessen? Ne. Da könnte jetzt der DJ unsere Musik auch mal was lauter machen. Die Musik auch mal was. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Da hängt was. So, okay. Da war was schief, gell? Also, auf jeden Fall, die Eltern finden immer noch irgendwas, was man im Bett vergessen hat, äh, unterm Bett vergessen hat. Auch wenn man selber sagt, da ist doch gar nichts mehr. Hier klemmt grad auch was. Die Eltern auf jeden Fall finden immer noch wieder irgendwas, obwohl man selber sagt, guck doch mal, ist doch auf, alles aufgeräumt, ne? Okay. Aber die Eltern gucken noch in die letzte Ecke und finden dann immer noch mal T-Shirts, Socken, Unterhosen, und man selber sagt, ich hab doch alles aufgeräumt. Aber nein, die Eltern finden sogar noch Cola-Dosen unterm Bett. Und sogar ein Red Bull hier, das ist ja total verboten. Noch ein anderes Getränk. Ja. Ne? Und man selber sagt, ja, wieso? Ich hab alles aufgeräumt. Guck doch mal. Alles leer. Alles wunderbar. Aber nein, Die Eltern finden dann immer noch eine Dose in irgendeiner Ecke. Eistee. Und noch eine Dose. Noch eine Cola. Cherico. Und noch eine Dose. Ja. Und man selber sagt dann, aber wieso? Ich hab doch alles aufgeräumt. Ja, alles war total sauber vorher. Ich kann doch gar nichts dafür. Ne? Moment. So. Aber nein, die Eltern finden doch in irgendeiner Ecke ein T-Shirt. Oder irgendwelche Socken. Ja, das ist nur ein Beispiel. Und noch eine Unterhose hier in Türkis. Und man selber sagt, wieso? Ich hab doch alles aufgeräumt. Alles total aufgeräumt. Ne? Alles ist einwandfrei. Das hatten wir ja gerade. Und nein, die Eltern finden noch in irgendeiner Ecke noch eine Cola. Und noch eine Cola-Dose. Mountain Dew. Noch eine andere Energy Drink. Und noch ein Energy Drink. Aber man selber sagt, wieso? Es ist doch alles offen. Alles sauber mach ich. Alles frei. Aber nein, die Eltern finden immer noch mal in irgendeiner Ecke eine Cola-Dose. Limo. Und noch eine andere Dose. Und man selber ist total entsetzt. Ich hab so stark aufgeräumt. Den ganzen Tag hab ich aufgeräumt. Man findet einfach nichts mehr. Aber doch, die Eltern finden immer noch an irgendeiner Stelle finden die immer noch was. Ja. Okay. Also, das können wir jetzt stundenlang so weitermachen. Ich hoffe, das hat gefallen. Sollen wir noch einen machen? Warten wir noch. Ja? Muss ich aufhören? So, was meint ihr? Hat der Martin euch erstmal verzaubert? Soll der Martin noch einen weiter zaubern? Einen hast du, glaube ich, noch, aber ich glaube, du brauchst dazu ein bisschen Hilfe hier auf der Bühne. Viel Spaß. Genau, wir hätten noch einen längeren gehabt, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Wir haben aber noch einen lustigen Trick. Das ist der hier. Dafür brauchen wir aber zwei Freiwillige. Ein Weiblein, ein Männlein. Nein, leider Erwachsene. Das müssen auf jeden Fall Erwachsene sein. Kommen Sie doch mal an. Ganz seriöse Show. So, Applaus schon mal. Wie ist der Name? Öbel. Hans Öbel. Wunderbar. Vielleicht mal hier links hinstellen. Und da haben wir die nächste Freiwillige. Total freiwillig. Total freiwillig. Nadine. Nadine. Okay, mal hier hinstellen. So, jetzt haben wir was sehr Schönes vorbereitet. Und zwar, wir holen mal was für den Herrn in blaue und grün. So, da gehe ich jetzt mal ein bisschen zu dir. Oh, okay. Baun, hey. Gut. Warte. Durch. Ja, hätte aber weniger essen müssen gestern. Ja, da hättest du jetzt durch. Ach so, So, jetzt kommt die Dame, die steht immer noch nicht in der Mitte. Kann dir mal jemand so ruhig, jetzt muss der Henrik nur noch seinen Zauberstab holen. So, erstmal großen Applaus. wir fangen, oh nein, nicht den Zauberstab, nicht den Zauberstab. So, wunderbar, jetzt ist alles verzaubert. Was könntet ihr euch denken, was jetzt passiert? So, einmal links und rechts positionieren. Und jetzt kommt der große Moment. Und jetzt, drei, zwei, eins und pschsch. Ah, was haben wir denn da schön? Wollte da einer dran riechen? Will das einer mitnehmen zum Waschen? Willst du das mitnehmen? Ja, gebe ich dir gleich. Aber Montag zurückbringen, brauchen wir nochmal sauber? Hier wird erstmal gewaschen, ja? Gibt es Montag zurück. So, jetzt zur Dame. Verzaubert ist das Ganze schon. Wir machen nochmal. Drei, zwei, eins und hey! Ah! Was für ein schönes Modell. Okay, wunderbar. Ja, großen Applaus für die Freiwilligen. Gibt es Montag dann gewaschen zurück, ja? Wir machen noch ein paar Tricks, oder? Nee, weil ich bin jetzt irgendwie blind. Also, dass der Hans so eine Unterhose trägt, hätte ich nicht gedacht. Nadine, der BH war jetzt auch nicht ganz der Schickste, aber Gott, jeder das, was er mag, weiß ja, ne? Ja, der Martin muss leider weiter, auch wenn er eigentlich noch auf der Bühne sein will. Können wir nicht noch einen richtig großen Trick machen? Ja! So, also, warte, warte, warte. Also, ihr habt ja schon mal angefangen mit dem Ja, aber wenn der Martin noch so einen richtig, richtig tollen Trick machen soll, dann müsst ihr auf drei, der ganze Marktplatz hier, richtig laut Ja brönen. Eins, zwei, drei! Ja! das hört sich so an, als ob wir noch einen machen sollen. Okay, dann würde ich sagen, Timon und Henrik gehen mal hier auf den Tisch, und wir werden die jetzt zu Pinguinen verzaubern. Das geht ganz schnell. So, er checkt schon, wunderbar. So, was gibt es denn für Pinguine, hier mit den langen gelben Dingern, wie heißen die? König. Äh, nee. König Pinguine? Nee. Kaiser Pinguine? Appel. Nee, wir brauchen Pinguine. Sagt man welche Pinguine? Kaiser. Kaiser Pinguine. Okay, wir versuchen, ob das klappt. Wir sehen jetzt Kaiser Pinguine. Drei, zwei, eins und hey! Meine Damen und Herren, das Kinderbreitestall 2017-2018. Pastoren. Ja, wenn du Pinguine, müssen wir ja einfach jene. Wenn du Ente, will ich? aber wir sehen uns im UpIDE. Nein, Das habe ich zuung. Die nicht dauert.